Musik Musik wie Andres? Bei den Cathedral Stapes. Bevor wir reingehen wollte ich das jetzt noch mal filmen, weil... innen drin sollte es doppel sein. Leute, mal. Wir waren gerade in so einem richtig nice Museum. So ein Typ aus Schrott. Ganz viel mechanische Wunder gebaut. Ziemlich interessant. Und ja, jetzt sind wir hier in so Sea Caves. Gucken uns die gleich mal in Ruhe an. Knapp 200 Meter langer Tunnel. Sieht ziemlich mächtig aus von draußen hier. Und der Strand hier so... ziemlich toll ist. Wenn Strandwetter wäre... Ja, dann... Irgendwie hier wohl noch... Aber so natürlich nicht. Hier sehen wir unseren Paparazzo. Weil wieder irgendwelche Leute fotografieren. Stalker. Stalker. Herr Versling, hast du noch was zu sagen? Tillmann. 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 Hallo. Hallo. Gut. Dann melden wir uns vielleicht aus der Höhle, wenn man was sieht. Das war's für den Herzen. Ich bin ja heute in der Höhle. Ich bin ja heute in der Höhle. Ich bin ja heute in der Höhle. Vielen Dank.